yo leute was geht ich bin wieder da es war jetzt so ungefähr zwei jahre ruhe und jetzt sind wir wieder im stil oder drei jahre ja so richtig youtube mache ich ja erst seit zwei jahren jetzt ungefähr nicht mehr weil ich irgendwann ja aufgehört habe ich habe so ein zwei best-offs aus dem live stream auf twitch vielleicht noch mal hochgeladen aber das war's aber wir haben jetzt neuen rechner wir haben wieder neue leistungen wir haben neue ideen und ich bin wieder am stil schaut gerne rein abonniert kommt wieder mehr content zwar kein minecraft aber dafür vieles anderes ich bin auch unter anderem sehr aktiv auf twitch ihr könnt mir gerne da folgen schaut gerne rein der link ist unten in der beschreibung das drehen wir immer so um die dreimal die woche abends meistens mit verschiedenen mottos story multiplayer und community games von warzone über among us über watchdogs oder cyberpunk kommt da alles deswegen schaut rein lehnt euch zurück und genießt unter anderem aber auch ein bisschen an der qualität gefällt sprich ihr seht schon neues mikrofon ist da neues mischpult beziehungsweise interface ist da ich habe plane noch eine neue kamera stream deck wird alles super aufgebaut hier dass wir im stream und auch für youtube da die beste qualität liefern können das ist jetzt in dem fall stream ausschnitt weil die aufnahme von obs eben nicht verwertbar war aber ich nehme parallel auf zu den streams das heißt die qualität wird da auch noch mal besser wie gesagt neuer rechner ist auch da wenn ihr bock habt kann ich auch gerne mal zu der neuen wohnung oder zu der neuen streaming zimmer gerne ein update geben gerne mal eine roomtour machen dass das mich gerne wissen und dann ja ansonsten lehnt euch zurück genießt das gameplay dann kleine ausschnitte vom stream wir reden ein bisschen über reichweite über erfolg auf youtube worauf das ankommt auf twitch ganz guten talk gehabt ich würde mich freuen wenn ihr euch da anschließt in diesem sinne wieder schauen und rein ich weiß noch nicht sind wir auf jeden fall bei 180 das ist schon mal stabil ich fühle mich das zugeben ist das schon gut aus richtig gut aus es ist die frage ist der unten ok das war nicht schlecht ach so gesetzes bücher sind nicht weit verbreitet ja auch ein kommentar da hast du definitiv recht axel lag da einfach das gute ist am anfang sieht noch alle auf erschlagsensor da brauchst du dir nicht so viele gedanken machen ich habe auch schon zwei loadouts jetzt das kriege ich zeitlich nicht unter ein gut kauf dir was beim shop oder kauf dir was beim shop alles klar er hat in seinem leben noch nichts anderes gemacht egal das spiel studiert oder was was kann am samstag sein wir jagen uns gegenseitig wir haben uns gegenseitig gejagt dann ist christmas und dann silvester ja aber ich über die feierte also um das gleich mal auf den punkt zu bringen ich bin ja erst ich habe ja am also am freitag ist mein letzter arbeitstag ich habe dann erst mal 35.000 ich habe dann erst mal drei tage urlaub also im mittwoch habe ich urlaub wo jacky eben noch arbeiten muss das heißt das sind auf jeden fall tage wo ich vielleicht auch den 24 stunden stream machen wollen würde definitiv dann macht das mal wirklich das zieht immer leute an ja ich weiß da schaut auch jeder mal rein in so einem 24 stunden stream das ist immer voll der hype das werde ich mir nicht entgehen lassen mit gamers only packe ich das auch in meinem alter definitiv oh alter ich habe mir heute ein interview angeguckt von so einem typen der durch Among Us groß wurde tatsächlich super interessant er hat einfach seinen job verloren aufgrund von corona und dann mit dem stream angefangen und hat nur Among Us gespielt und das spiel hat ihm absolut geholfen groß zu werden äh ne ne ein deutscher ja wirklich arbeitslos wegen corona und hat dann eben so ein selbstexperiment gestartet sozusagen das finde ich halt super interessant ähm das streamt immer von 8 bis 16 Uhr oder so acht stunden am tag jo du arsch ich hab mir meinen kehl geklaut das ist schon krass das ne kannst gehen ja natürlich und es gibt andere die machen das ihr Leben lang und packen es halt nicht ne das darf man halt schon wieder 27k oh alter das darf man halt immer ja muss so jeder so ein bisschen seinen Weg finden ne also ich denke mal da hat er doch viel Glück mit zu tun ja genau also Glück gehört auch dazu aber wenn man das ganze wirklich professionell angeht aus Plattformen und alles so vernünftig aufzieht kann ich mir schon vorstellen dass man da das vernünftige zustande bekommt auch jetzt ne also du musst halt nur dein ganzes Herzlut da reinstecken das ist halt ja nicht nur ja nicht nur das eine da kommen ja da spielen ja viele Faktoren mit und Glück ist eben ein Faktor den den man aber auch nicht beeinflussen kann ich finde es auf Twitch aber schwerer als auf YouTube ja definitiv das ist es auch bei Twitch hast du ja auch immer nicht vergessen da dort du wirst halt nur gesehen wenn du auch live bist ne und ich finde das ist ein riesen Nachteil von Twitch das wird wirklich das das ist der schwierigsten Sache auf YouTube kannst du als Zuschauer präzise suchen und wirst du auch den YouTube auf uns eher vorgeschlagen ja sich auf so einen Algorithmus zu verlassen ist ja sowieso so ne Sache das ist nahezu unmöglich also man braucht halt ein paar Freunde ähm die einen tatkräftig unterstützen und ich denke mal wenn man irgendwie so ein paar so einen Freundeskreis hat der wirklich Bock darauf hat und auch einen unterstützt dass man dann so schon mit 5 bis 10 Zuschauern im Schnitt an durchkommt und ähm wenn man dann sich noch schlau anstellt und da so ein bisschen was zusammenarbeitet dann kann man da denke ich mal auf jeden Fall was Gutes bei erreichen ich wollte schon oft Videos die 100 Aufrufe hatten naja gut aber ich sag ja nur das ist ja nicht das ist ja nicht der Normalfall sondern das ist ja etwas was du nicht beeinflussen kannst da ist er da ist er da ist er das ist die Frage will er hier hoch was hat der denn ADHS gehabt oder was Also ich leg mich auch immer so hin. Bro, chill mal, Alter. Was war denn mit dir los? Der Shop da oben ist so offen, aber da sind halt auch wieder Aufträge, die theoretisch könnten wir die mitnehmen. Das ist so krass, wie viel Geld wir einfach haben. Ich hab noch nie so viel Geld in der Hand. Oh, Leute, wir kriegen natürlich den Auftrag, der am weitesten weg ist. Alles klar, Leute? Gut. Das war auch Glück. Also der Algorithmus ist aber gar nicht so komplex. Es wird geguckt, wie viele Aufrufe, Abos, wie oft du hochlädst. Ja klar, da kommen viele Sachen, viele Faktoren mit rein. Also so diese positiven Sachen. Wie lange, was ist deine Average View Time, was ist dein, also schauen die Leute auch dein ganzes Video an, ähm, abonnieren die dich danach, liken die, da kommen ja viele Sachen zu. Wo kommst du denn so hoch, mein Freund? Ach, scheiße. Den hat gern mitgenommen, ne? Da. Was war das denn? Er kann sich bestimmt auf eine einzelne Runde oder da hast du, warum alles mehr Tage vielleicht? Ja, so ungefähr habe ich mir das auch gedacht. Ich bin hier unten und gucken, dass wir hier vielleicht irgendwie überleben. Was war der von oben? Mein Gedanke war aber halt, mich hier hinzustellen, aber das geht wieder nicht. Jetzt muss ich mich hier mal ein bisschen konzentrieren, da lag nämlich noch einer. Wie heißt das? NVIDIA. Spielt. Äh. Auto-Play. Spielt. 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 Ich hab die Hände. lol wir haben gewonnen der zweite juli wohnen der zweite solo win oh mein gott dass wir heute noch so eine runde raushauen hätte ich nie im leben gedacht ja Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020